Was geht ab? Das sieht so geil aus. Ja, wie geil das er aussieht. Komm jetzt rein, Huchspinner. Hallo, wenn du unten drunter bist, dann geht's weiter, ne? Was labert der? 10 AP, 10 AP! 10 AP, 10 AP, 10 AP! 10 AP! Ich werde abholen. Tja, was ist dein Scheiß? Schön gelasert. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Lessing auf meinem Kanal. Wir spielen hier, äh, Sniper-Duell. Ähm, chill mal kurz, ne? Ich geh hier kurz den Nutcrub öffnen. Vielleicht ja was Spannendes drunter. Boah, ja, was schön Spannendes sogar. Ich komm nicht, ich werde wieder um drunter. Geh um, rein. Komm rein. Komm rein. Komm einfach rein. Ich werde schon wieder von dem hier laufen. Ich werde schon wieder von dem hier laufen. Scheiß auf! Ich werde nicht mehr raus. Er ist auf Eis, nein, auf Eis. Immer noch Eis, oder? Uhhh, ja, ok, danke. Kein Eis mehr, Leute. Die ist anders krass, die Base, ne? Ja, anders krass. Stell dir mal vor, du machst sowas normal. Das ist voll der Scheicher. Mach auf, tschuldigung. Mach auf. Tschüss, ja, dieses Eis ist voll binart. Warum ist das denn auch? Jetzt hab ich noch mehr da drunne. Und Eis. Tschüss! Kommt der da nicht so allein. Da hat man jetzt Pech, wenn man da reinkommt, ne? Da muss man ja versuchen wegzukriegen. Boah. Hallo. Und trefft er dich nicht. Boah. Schalt er dich nicht. Nein, Digga. Fuck, Juni! Der hat nur noch 10 mehr. Schatz dich. Und der hat ja, ich finde, der hat noch die Eisteile gekriegt. Und der hat ja, ich finde, der hat ja noch die Eisteile gekriegt. Schnell verstecken. Leute, ist der YouTuber kein Lappen, ne? Ist du drunne? Ja, leider. Komm rein! Ich bin drunne. Da hinten ist er mit dem Weißel. Was? Was? Hahahahaha! Hahaha! Hahahaha! Hahahaha! Wui schön! Boah, das ist ein Drecks-Bastard, ja. Ich hab Eis! Scheiße! Ist der? Da ist der! Boah, Scheiße! Boah, da ist Eis! Wie hast du das geschafft? Nein! Ja, das ist ein Drecks-Bastard, ja. 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 Na, na, natürlich, ich f*** dich doch nicht rein. Hallo! Ja, warte mal. Ich steh, Leute, 4 zu 4. der florenze immer saftig schönen blick hat es pures glück leute doch nein ich bin daraus gefallen wirst du wirst du ja einfach unten weiter bekommen komm runter du bist dich mal hier drin ich bin unten dein Ernst ich bin hier unten im wasser hallo bist du wo bist du juli ich bin bei loot lake im wasser ok du ne im loot lake du fachst du bist da oben bist du beim loot drop ja ja ey hör doch aus nur mit sniper das ist ne sniper nein hör auf zu bauen hör auf zu bauen ja man ok adios amigo scheiße mit scuff ist so eke auf zu spielen ja was ein headshot schulschul und was war sind schuss auf führer damit ist eke auf zu spielen ich habe die da auf der Seite das meine Regier komm wir kämpfen um ein Regier zack zack geht es nicht um meine Regier 2 ein Schaffee Das Revier wird immer noch nicht bekämpft. Das Revier hat noch nachfolgen. Du bist gar nicht im Revier. Hmm? Doch der ist ja im Revier. Nein. Höll. Nein, 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 nein. Du hast mir einen Headshot gedrückt, 200er. 239. Der Tronk, dass du das machen kannst, ne? Du wirst mich niemals in meinem Leben finden. Da bin ich viel zu überfliegen. Hallo? Ja? Das wird noch nachfragen, ja. Du brauchst einen Lappen, ja. Ich bin in meinem Kavir. Der Kampf, der geht immer weiter. Junge, du machst immer wieder das gleiche, ja. Hör mal auf damit. Da ist ich hier. Hör mal auf damit. Komm mal raus, wenn du nicht drausst. Ich hab' kein Bock mehr. Ich hab' dein Leben zerfickt. Was? Gefickt, Junge? Du hast mein Leben gefickt. Du brauchst aus dem Kavir. Ich bin. Und jetzt ist er noch eine andere Kugel. Aber das ist das so, dass ich hier bin. Und dann bin ich da. Ich bin da. Ich bin da. Trotzdem eine Schönstege Emirates Ich war halt viel zu wenig Eis drin Ich click Ha 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 Ich Aldutes G'teta Mit! Mit! Ein Bein wird eingetragen und mit dem dritten habe ich ihn immer noch nicht geschossen. Oh, jetzt habe ich ihn mit dem dritten geschossen. Was ein Scheiß. Was? Was? Ich hab... Oh, oh! Revierkampf. Entweder dies. Boah! Mit nem Springen. Ich könnte jetzt schon zweimal deine Play-Jung verkaufen. Oh, Junge. Guck mal, ob du meinen Kopf anschießen kannst. Guck, ob das geht. Guck mal, ob du meinen Kopf abschießen kannst. oh 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 Ah der war einfach auf die Stuhre. Tanze ich viel zu viel für dich. Eih. 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 Nein. Eih. Ich wollte grad den Bomb machen. Hoh. Hashtag die Schräglage. Nein. Ich musste grad so hoch springen, und ich hätte mich getroffen. Eih. 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 Guck, ich drück der hier Tech 92er mit dem ersten Bein. Tschüss. What? Ja. Ja. Warte. Buh, Buh, Buh. Eih. Eih. Was ist ein Typ? Mama. Du ähntergirr. 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 Ehh. Brr. Du musst. Ich mag es. Oh. Ohne Heavy Part. Oh, Heavy Sniper. Mit. Lass, lass, lass. Ohne Heavy Sniper. Oh, kein Heul nicht. Wo ist der andere Loot-Trop? Hier. Schnelldruck aufmachen. Schuss. Komm, ich darf von weit mit der Heavy-Power schießen. Weil sonst ist es läppig. Einmal aber nur. Mehrmals als vier Eimer. Weiß gar nicht, wie schwer das ist. Hallo, Taschen und Schmali. Boah, hätte ich mich vertreiben können, ich echt... Hey, ist es denn jetzt? Komm her, Krug. Komm. Oha, was bist du fern weg, sag ich? Kaiju Mama, weg. Ich bin... Ich bin... Oh! Woah! Ja, so ein bisschen, oh, oh, hat das ja gemischt, wenn du mir, ey, du hast ein, drei Schiss, hast du mich gekriegt. Ich muss trotzdem gewinnen. Wow. Ich dachte, du musst versuchst, anzuschneiden, ne? Ja, was ein Huse, ja. Reicht jetzt. Wir haben, wir haben noch nachspielen, ne? Oha! Guck mal. Der hat mir heute noch gezeigt, oh, ey. Pass auf, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das kriegst du mir zwei Co-Shame mit, das ist einfach. Oh mein, oh, der juckt voll unnormal. Oh, der fangst voll. Oh, geh' nicht, doch. Ja, wo ist der? Von der Hune, das hat er mir schon noch eingebaut. Nein, du stehst gerade am Rheinland. Ich bleibe oben auf der Plattform, aber auch egal. Wo bist du denn jetzt? Wo ist der denn jetzt? Boah! Er hat dir da entgegeben? Komm, überall. Wie viel hast du noch? Null, fast. Null, fast. Null, jetzt hab ich schon noch eins. Nein, 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 ja, ja, ja. Oha! 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 Ich bleibe Eis hier auf! Bei der Fresse! Oha! 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 hallo hallo ich hab da einfach meine Klingel in der Hand oh mein Gott, wir fassen die Hälfte! oh jetzt hab ich schon wieder Eis! oh boah jetzt bin ich mir noch runtergefallen fick doch dein Leben ja boah, wie schnell ist der! reicht! wir haben einfach nur noch sieben Minuten zu spielen ja, die Hälfte der Zeit haben wir einmal mit Looten verbracht machen wir ja schonmal Junge, ja natürlich komm mal rein lass mal heute zusammen ohne mal lange zusammen zocken hast du Wohnung oder Haus? wo euer Haus? hast auch immer abends Angst immer alleine auf Toilette zu gehen? nein ich hab manchmal so Eierflatter, dass unten einfach ein Typ steht und der wartet auf mich wo bist du? wo bist du? du nackte Anos was? nackte Anos was? nackte Anos ich hab ich hab gerade eben eingeholt aus 320 Metern der Weiz ist einfach 1000 Meter ah du wolltest mich wieder an hallo, good to workin 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 lebst du noch lebst du noch lebst du noch ich bin da reingelaufen nein ich bin wieder runtergefallen ich bin runtergefallen mach immer noch du passport ja nackt 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 view komm mal kurz mit dir, ich muss dir was zeigen ich töte mich mal kurz nicht, komm mal hier hin wo kratzen diese Plattform? ich töte mich nicht, komm hoch komm mal hoch und guck mal jetzt, ich stehe nicht mehr mit mir hier drauf komm mit hier drauf komm doch ja okay, er fliegt halt nicht mit, ne? weiter hier wo ich bin komm hier hin mach die mal weg mach die mal weg nein, die bleibt da ist doch nicht schlimm, wenn du damit mach die in mir die 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 kann man hier auch wieder weg naja mal meine die 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 Was ist denn ein hässlicher Fall ist, ja? Du hässlicher Rostand! Warum? Komm! Genau so. Spielt so hässlich, ja. Boah, wenn deine Falle jetzt hier, ja, ich will so ausgerastet. Ich fick' auch. Wo ist der? Hey, wo bist du? Hallo! Hallo! Alter! Ey! Oh, okay! Ey, was ist das? Ich hab dich aber auch getroffen. Bei mir hat's Patsch gemacht. Patsch! Bei mir hat's Patsch down gemacht. Ich hab' mir gerade fast in die Hose geschissen. Was hat das gemacht? Patsch! Patsch! Okay, jetzt ist's aus. Ich hab' mir in die Hose geschissen. Patsch! Patsch! Ja! Wie hat's denn bei dir gemacht? Patsch! 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 Was? Ich hab' mir kippt, Junge. Alter, deine Fresse. Hm? Was noch hat der jetzt? Gleiner Charakter. Äh, jetzt denkst du, wo ich bin, ne? Boah! Ich bin hier kein... Hallo, wir sind hier nicht im... G-Gernie! Ah! Wir haben auch noch eins! End! Oh! Richtig hoch! Scheiße! Das Eis geht immer weg! Ahaha! Ey! Ey, ja! Was, ey? Oh, ja! Hör auf! Boah! Fick doch dein Leben, ja! Jo, du gehst voll ab damit, mit dem Eis, ja? Ja! 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 Mach bitte aus! Mach bitte aus! Caio! Boah, musst du aufmachen? Ja, ich muss jetzt aufgehen. Warte, ich geh den jetzt noch einmal an, dann geh ich auf. Ich geh mal an. Ja! 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 Jetzt den 취perni șeck! Tschöck! Oh, hau doch auf mit dem Eis. Der ist ja wieder Eis. Nein! Hey Mann! Warum mach ich denn so früh auf? Wann mach ich denn so früh auf? Nein, wir müssen einfach aufgehen, ohne aufgehen, ne? Ich geh nicht auf. Nein. Mach die keine Strom aus? Nein. Wo bist du, Wichser? Ich lauf grad in die Zone. Naja, ich auch. Hey, nein. Läufst du oder fliegst du? Ich laufe. Was, ein Boss hat ja... Was, ein... Ist der ein Wetter mir? Was, ein Boss? Den dicken... den Mund nehmen? はい. Ach ja... Oh ja, dass ich mir ein Lager... Ich muss mir ein Lager... Was? Komm, ich zähle ein bisschen an Lager. Denkst du, ich gewinne nicht? Wollt doch auf mit deiner Doppelläufigen. Was für Doppelläufigen, ja. Oh, oh. Chemisch mal bitte. Oh, oh. Chemisch doch. Ja, ja, ja. Chemisch, chemisch. Chemisch doch. Chemisch doch. Chemisch. Ich hab dich gefehlt in dein Arschloch rein. Ja, ist so geil. Ich bin noch da drin, ich schau mir an wie der tanzt, es sind noch 10 Kunden. Ja, ich hab einen epischen Sieg gehofft. Hast du gesehen, meinen epischen Sieg? Einfach 3 Leute gucken den Livestream. Um diese Uhrzeit, wie viel ist es überhaupt? 1 Uhr 2. Und ein paar Leute gucken lassen. Ja, 4 Leute, 4 Leute. Ja, äh, Dings, ich geh kurz zu meiner Mutter. 5 Leute, tschuldigung, ja? Wie die übertreiben, ja? Schick mir mal ein Like in die Gruppe. Was ist das für ein Skin? Ist das ein No-Skin? Ja, schick mir mal ein Ding ins Jahr. Ja, warte. Unterhalte die Leute mal, ich geh kurz zu meiner Mutter. Schick mir kurz einen Link. Nein, mein Handy wurde abgezogen. Bis gleich. Verbarstack. Die Leute rein, wo ganz gut zu ihr. Schick mir das. Schick mir das. Schick mir das. Schick mir das. Es war die Pico. Typisch Florenzastraße. Was labern die da? Meint der so gekochen, der Arme ist Level 26, ich bin 48 Ja moin, ich habe so 30 Ja, ich spiel nicht so lange her, ich spiel kein Suchti Jetzt kommt Beskin, ja Jetzt bist du gekocht Jetzt haben die das Ding hier Hast du nicht, ne? Ich würd den Scheiße Blockbusters kennen Du wechselst jetzt Timi auch mit allen Waffen Hallo Jusha, was geht bei denen ab? Sieben Leute gucken einfach den live stream Typ, du dahin guckst Hallo mit allen Waffen, ne? Töte Towers Ja, wir müssen erstmal suchen Hä, nein, nein, nein Sniper, Junge, Sniper, Sniper Sniper Mach da am meisten Fun Doch, Junge Nein Junge, das macht da am meisten Fun Junge, da nehme ich dich nochmal Auch wenn du Kajo Der mit seinem Blockbuster Junge Der Wack hat einfach aus Schicksal Einfach ich den genommen Wer ist das? Dieser Nexus geht Wer denn? Dieser Nexus geht Wer ist das? Frag, frag Google Google Ey, du bist wild Naht Was für Frag Google, Junge Ey Google weiß ich wer das ist Einfach Mary ist dabei Nein Doch, lies doch Mary ist einfach dabei Sarah auch Ein Traum Tjusha Wo bist du Vogel, ich nehme dich Du Da haben Der reiche Sammler Du Reiche Ausflüssen, Gangeln Ähm Tankstelle, bin ich Äh, was für Tankstelle, Junge Boah Was für Tankstelle Keine Ahnung Was die Lava, die Was lava die Was lava die Flieg du Nein Nein Guck mal wer alles zu guckt Die übertreiben ja noch hingeschrieben Tjusha Neun Leute ja wie die übertreiben Ja Leute Und das krasse ist die haben mich nicht mal abonniert Nur eine Person oder so Guck Sarah einmal noch zu Guck Sarah einmal noch zu Keine Ahnung was macht Leute Macht jetzt Kills Oder kein Aim Ja 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 Wo bist du Vogel Sarah Keine Ahnung Das ist eine Waffe ne Das ist eine Billowaffe Was Na schon die Waffe ne Wer die nie im Leben abonnieren Ja weiter so Junge Nie im Leben abonnieren finde ich gut Ich will ja wenn ich abonnieren ja Hast du schon ein Jagdgewehr? Hallo wir machen mit allen Waffeln Ja aber trotzdem wollte ich fragen ob du ein Jagdgewehr hast Meinen du? Nö Warte ich schaffe ja noch Buh 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 Da bist du doch. Hallo, Florin. Hallo, Cailloub. Hm, hm. 360, let's go. Oha, oha. Junge, der wackelt gerade. Wie gerade eben. Wie gerade eben, weil's viele Dings waren. Tschüss, tschüss, wieder ausrastet. Ja, okay, ruhig, ruhig, ruhig. Entschuldigung. Hä? Wer hat gerade gekillt? Tja. Ich muss nicht mal reinkommen, wieder mit normalen. Ich hab sechs Leben, ja? Sniper. Ich hab sechs HP. Ich hab einfach noch vollen Sniper-Modus. Und das Aim. Er nimmt Stinkbomben und der... Oh, mit der Pillowaffe. Hey, wo bist du? Oh. Oh, was war das? Oh, bei mir ist er voll am hängen. Mit, mit, was hast du das gerade angeschossen? Du, Sniper. Was ist das? So ein fucking Auto-Aim, ne? Hast du Auto-Aim an? Nein, ich hab nichts an. Was labert der? Pass auf jetzt, ey. Ich hab Auto-Aim, Junge. Ich bin Auto-Aim. Ihr was? Was labert der jetzt? Keine Ahnung. Und was machst du in dieser Garage, ja? Wo bist du denn, hä? Hey. Scheiße. Nachher werde ich dumm. Ach, ich geh mal aus. Denn live von denen. Nachher werde ich dumm. Ich weiß, du willst Sex, babe. Sarah, lach stot. Wer ist gerade rausgegangen? Mary. Warum? Piss dich! Was? Sein Aim, Junge. Sein Aim, ja? Ich liebe deinen Aim, Jesus. Was das für Ainger. Du kleiner Hurensohn. Du machst jetzt echt die Kiste auf. Was? Du kennst mich damit. Ich schwör, ich komm nicht mehr auf Olympia. Du Pico. Das sagt der Hurensohn. Alter, du bist voll die Pico. Du bist voll das Pico, ja. Nein, nein. Boah, zum Glück, ja. Zum Glück hab ich Stinks noch bekommen, ja. Zum Glück hab ich schon Pico bekommen. Ja, ja. Dein erster Kill, ne? Nein, nein, zweiter. Nun, ich geb dir gleich mein erster Kill. Ja, das war Glückskill. Ja, das war Glückskill, ja. Hast du auch schon den ersten Kill bei Sarah reingehauen? Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich bin ganz unten. Hab ich gemerkt, ey. Was, ein Bastard? Ja, ich kann gar nichts. Ja, ich kann gar nichts. Kann man spielen? Kann man mitspielen? der will mitspielen ja der will mitspielen keine Ahnung wie der ist dieser Nexus geht ja ja such mich, abonnier mich also du kannst es erst mitspielen wenn du mich auf YouTube abonniert hast schlapp auf Abonnieren keine Ahnung oh und meine andere Karten du glaubst du ich hab grad nicht deine Falle gehört? hey was denn? ja ja wenn du mich jetzt holst boah ich wollte schon sagen deine Mutter Florens sagt mal Caillou dass ich bei bin und der mich einladen soll wenn das sorry ist was was schlabbert der ey Caillou kennst du den? wen? keine Ahnung ich Joe das Joe wer ist Joe? nein was ein Bastard mein deutsch ich schreib mein deutsch ich schreib doch direkt türkisch hallo nein ciao du spielst dich mit lass ihn doch mitspielen ja nein der rasiert uns na und junge kein Bock auf den ach junge was witzes auch eigentlich ja ganz ehrlich was soll ich jetzt machen? muss ich Kuchen backen was soll ich kuchen backen? super was soll ich was soll ja ey und ich werde mit Z äh S geschrieben ja der schreibt mich einfach mit Z war es ein Go ja schreibt der mich mit Z hat der meine Name mit Z geschrieben nicht gut habe ich gehört bei Google gelesen ich verglasche jeden ja und verlässt der Party was ein Fischkopf ja der hat einmal gequittet war es ein Bastard alter der hat einmal gequittet war es ein Bastard alter ja was soll man so nie alter irgendwann neue Leute an meinem piss dich mal ja ah wer ist alles online bau junge und du pappelst dich ja äh wie heißt du bei Fortnite ich habe einfach zwei Fortnite anfangen akzeptieren ah da ist der ja da ist Mustafa ja ich habe angenommen komm Party oder warte ich muss Party einladen Party eingeladen ja was hast du für ein Hartz 4 Headset was hast du für ein Hartz 4 Headset was hast du für ein Hartz 4 Headset keine Ahnung der 10 Tage Ruf dir nochmal Ruf dir nochmal Ruf dir nochmal Bist du irgendwie unterwegs oder warum hast du so Hartz 4 Empfang Hartz 4 noch nicht angekommen das ist auch Spaß ja Leute in 39 Minuten kommt der neue Shop ja Junge wollen die mich komplett verarschen schon wieder 3 ja eben waren 10 und fand ich besser aber Appred kann man auch nicht immer sagen ja Tusch aber wir sind 9 zu 18 spiele ich die Mutter hat ausgeschaltet die Mutter hat ausgeschaltet was ein Lappen der hat Nussknacker Skin was hast du alles für Skins her was hast du alles für Skins her was hast du Rags oder Better Hunt alles alles nein Junge hat der nicht du hast dich hochgekauft wieso hast du dich hochgekauft dich ehkehaft du hast dich einfach hochgekauft voll ehkehaft der hat immer 120 EP-Ebos tue ich ja der der mit denen ich es kenne schon ich bin ich bin guck mal wo ich bin ja ich bin aber hier ich bin zu 24 der zu 100 äh hast du schwarzen Ritter tue ich ja verkauf mir den mal wenn man verkaufen kann ab nächster Woche kann man verkaufen verkauf mal ja du kriegst 20 Euro in der Schule ich bin ja schon seit season 2 ja komm nein komm nein komm das beste ja das beste was du jetzt spielen ich höre ja ich höre ja was hast du für ein Hort 4 Headset Oh ja, was ist das denn jetzt? Nein, ich hoffe dieses Kind, tu ihn mal bitte weg, ich hoffe den. Hast du Bettehund oder so? Ja? Magst du Bettehund? Ich liebe den, ja. Einfach 7,50 Nachrichten. Meine Jüde. Ey, abonnier mich, ne. Sauber, sauber. Scheiß hässlige Tactical. Noch eine scheiß hässlige Tactical. Die hat schon... Alles klar, Digga. Warte, warte. Ja, moin. Er kauft sich nicht den Shady Tupper, aber er kauft sich seine Axt. Tschüss, ja, was sind das für Leute? Hä? Ja, ich mein, dich hast du Shady Tupper? Tschüss. Was, ein Typ, ja? Lass mal das Diggy Pot gehen. Oder nein, nein, nein. Lass Shifty. Leute, wenn man das so eine Stunde lang macht, ja, ich muss kotzen. Hallo, die, die da, äh, Dings im Live im Chat und soll mal was schreiben, ja, voll langweich, ja. Wala sogar Bila, voll langweich. Ja, ich bin kein Türke, ich bin Kroate, aber scheiß drauf. Ja, moin, Blue Pump, Blue Pump, ja, moin. Erstmal drauf, ein noch ein Tor, ein. Leute, deswegen müsst ihr jetzt den Abo-Button absch- äh. Auf jeden Fall. Die sagt ne. Die sagt ne. Die sagt ne. Sie sagt einfach ne. Sie schreibt ne. Ja, moin. Ja, ey, ich hab, äh. Wie heißt das nochmal? Ich hab, Power-Ford. Was ein Scheiß. Sie schreibt noch mal ne. Ja, moin. Der ist langweilig. Ganz ehrlich, der ist langweilig. Hier ist immer diese hässige Truhe und ich find diese hässige Truhe nicht. Als ob einfach bei dir, Mathis, verarsch mich nicht. Deine Mutter stimmt da nicht. Was labert der? Meintest du ihm zu mir, dass er nicht frei auslaufen kann? Na, Spaß. Ich bin schlecht. Nein, ich... Eigentlich spiel ich immer mit den gleichen Leuten. Aber, die sind besser als ich. Was weißt du? Ach so, dass ich schlecht bin. Ja, was ne Fotze. Ey, ja. Hast du Scarf oder spielst du mit normalen Controller? Hast du wirklich Scarf? Ja, okay. Guck mal, ein Video. Ich habe Scarf. Gern geschehen, Sarah. Mensch, halt die Fresse. Meine Jüde. War es ein Gegner, ja? Willst du mich... Okay, ich habe Polofort, aber auch egal. Aber trotzdem will er mich verarschen. War es ein Typ, ja? Lass die Hälfte zu Fuß gehen und den Rest, äh, Dings. Ne, ich höre auch die Angst, ja. Ich mache gerade Auge auf deine Axt und auf deinen Hintern, aber eher auf deine Axt. Wie war... Du verarscht mich mit deinem Scarf, ja. Keine Ahnung, ich glaube es ist irgendwie nicht. Wenn du angeblich ein Scarf hast, ne, ist das für dich schwer von Anfang an damit zu spielen. Ja, mein, äh, Trink-Biggi. Mein Lieblingsgang. Füßig süß. Ach so, das, Jeremy. Ah, jetzt checke ich das erstmal. Doch. Doch. Und wer bist du denn? Wollte ich doch sagen, ja. Wer soll ich das wissen? Ja, woher soll ich wissen, wen der alles kennt? Was hab ich ja? Was hab ich, Junge? Darfst du schon Fortnite spielen? Was labert der? Bist du gerade mit deinem Handy nebenbei, äh, Dings im Chat? Was labert der? Ey, warte mal, ich hab vor der Vort... Tusch! Fliege ich halt alleine mit meinem Poder vor Ort. Kommst halt nicht mit. Spaß. Nein, ich komm zu dir. Warte, lass mich Baum abbauen. Aber ich werde getätet. Aber ich werde getätet. Ist, äh, voll die Action, ne? Oder Rift to go, Junge! Ich kenn das als Poder fort, ja. Was denn Poder fort, ja? Ja, verrückt ich mal. Was, ein Goya? Halt die Fresse, Jeremy! Mö, Digger, ich bin komplett ins Haus geflogen. das moment und der fliegt enten ach so das habe ich ja von vergessen ja bei doppelsprung ich bin ja höhlenrauch ja ich bin 1000 kilometer weit weg auch sei nicht so lange aufbleiben Jeremy mein dicker Schien Spaufgängel der dringend schief wohl nun bin ich ja vielleicht um eine Art ein paar mien wir wollen hier liegt allerdings ein halbes in den hausblau gibt allerdings jacke der muni da wird kommt geht nicht mehr ich weiß hier deswegen beim nachladen die kai was bis freundlich voll spacken kai hz 4 noch nicht angekommen oder was er sagt er sagt wlan ist abgestürzt meine mutter hat ausgemacht bei dem kopf ist auch irgendwas abgestürzt kai u bei dem kopf ist auch um was schief gelaufen bei der nirgendwo du kai und wo sich geworden ein muss raus geschissen hallo hallo ich auch mal ein mein jungen darf sich mit spielen ich habe angst dass du schlechtes internet dafür hast hallo 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 Was denn, Tricks, Wichser? Ja, ja, er finisht, er finisht, er finisht, er finisht, er finisht, die Fische. Könnte ich diese scheiß Ton ausmachen? Das ist alles klar, ja, was ist das? Ich hatte, was war das? Habt ihr das im Livestream gesehen? Jeremie, komm auch du, Otto. Ja, ich fühl mich voll kärchend. ja ich will dieses genauch haben kaio junge bis behindert oder so was der mama scotts ja wohl erst mal ein runter alter ja ich spiele nur mit leuten die spielen können halt dein maul alter ja sucht die freunde elvin im besten skin ever aber macht bereit jetzt ja du musst erst mal reinkommen ich bin noch drunter doch da war bereit ja schon bei uns drin bist du schwul oder so drück mal bereit ja okay wir drücken bereit joe drück mal bereit lag mich mal ein ne ich bin jetzt ne runde du es nein spaß junior der arme ja jetzt bist du erst beigetreten wir haben mit einer von euch waren anderen skin das rückt mich auf ja du mal ja rät man nicht so sozial durch meine bomben gehen verstehen alles klar er nimmt er kann allerdings okay okay das finde ich gut das finde ich gut gut nachgedacht joe du hast gut nachgedacht sehr gut sogar joe dafür kriegst du ein gutes fettes lob bruh okay jetzt hast du damit reingeschissen aber ja was labert der nein was ja also nur seite bereit gedrückt 71 so wenig skins jeremy locker ist denn uns geht meine jüde lasst mal leute dass man spielschild dass man spielschild nein nein ich gehe spielschild doch der tz salam aleikum bruder was laberst du hat hallo 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 was bist du für das spiel nicht jetzt ja sonst kriegst du kopfschild des todes weißt du was kopfschild ist kopfschild des h p a h you speak english nein i speak bruh close eyes what you speak cratic Englisch, du bist ein MOTHERFUCKER Du bist ein MOTHERFUCKER Du bist ein MOTHERFUCKER Was labert der? Was labert der? Was labert der, Alter? Schlecht, du bist einfach nur schlecht Was hat der gelabert, ja? Meinst du zu dem? You are a MOTHERFUCKER Meint der so? You are a fucking MOTHERFUCKER, du Was ein Wix her Warte, ich mach nicht aufwählen Lass mal kein Tent ausgehen, das ist viel zu viel Stress Lass, Spielwiese Matchoption, volle Schäde vor der Kondonation Nein, ich kann mit einem Waffen springen Pass auf, ne, der ist gut, ne, der Joe Ja, doch, und, und, so Mach nicht, ich ender Ich hab keinen Bock auf den Skin, ja Stimmt, den Skin, ganz ehrlich Stimmt, den Skin Ganz ehrlich Bisschen Als ob du sie noch nicht fertig hast Nein, mir fehlen noch, ähm Bisschen, ja Jungen, könnt ihr auch das mal bereit drücken? Ja, das musst du lernen, Florent Ich komm jetzt mit seltenen Skin Fortnite Ja, zu spät Hallo, ich bleib Team 1 Ich bleib Team 2 Ist der Team 3, ja Einfach drei Leute, guck mal, live stream Bro, Digga, Bro, Digga Ja, aber Ja, okay, warum du Ja, okay, warum du Ja, okay, warum du Exaktiv Team? Nee, ich kann zu nach Team 2 Hallo, warum mach's schon Ohne 200 Leben gemacht Das am Anfang nur so Wenn du rausspringt hast 200 Leben das eine haus damit gesagt ist das ekelhaft ist ich habe das angemacht das ist echt ja ich habe auch ganz oben ja hallo warum bist du mein team alter job ich sehe euch einfach noch das habe ich angemacht dass das damit du nicht kämpfst unnötig für unnötiger eben hast du die ganze gekämpft ja auch nicht gefunden ich sag ja nur eine stunde mit drei partuell ich hatte mir nichts kaputt achsen wala sogar ich bin tätet wir können verlassen warum weil ich kann nicht kaputt machen kann gar nichts ja das manchmal so ein paar ja ich schieß mich mal kannst ich mal deutsch kayo die joe ist kaputt guaniel kann nichts machen joe erschießt den einfach hat er was gemacht hat er gut gemacht was war da was war es eigentlich schon wieder lecker leute leute ja geht immer noch nicht ey leute verlassen nein da kann ich wenigstens mit joe spielen ich kann mal gar nichts ja ganz generell nichts erst mal verlassen kommen aber die lassen verlassen nein ja was hat er da gebaut ja soll ich mal links sein er schießt mich mal ja jetzt ja jetzt ah fuck 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 was ein typ der ist gut der ist nicht so scheiße wie du wer sieht man denn du bist richtig geladen also auf der wettbewerb kann halten halt doch dein mauer der kann doch vor jungen was ein lügner was ein lügner was ein lügner ja und er nimmt ein leben auseinander wieder baut jungen gehen die alle auf mich ja ganz ehrlich ich habe keinen bock mehr ja du bist auch schlecht ich sag ihm also du mit 0 geht ja was ein typ ja ich bin jetzt bei johann team nein guck mal wie leise der ist der sagt gar nicht der konzentriert sich wenn wir bei uns muss man sicherlich nicht konzentrieren alles und aber doch konzentrieren sich nicht wasser schweiß wir haben da so wer weiß ich ja rote von und es gab es nur droht ja diese farbe da diese menge können woher soll ich das ist ein jahr der west nila bist du nila cajou die waffen die ich jetzt wieder bringen ich wieder auf jungen wir sind schon bei mir johann bei dir pass auf wenn ich jetzt wieder bei dem entwickler mich ja aber wenn ich jetzt alleine gegen cajou spielen würde ja cajou würde so verkacken aber auch und zwar hilf ich sei doch leise ja ich kann damit irgendwie besser spielen der rasiert uns allen baum ja okay dann tschüss ja dann gehe ich weg ja und bin ich weg kämpfst du weiter mit dem ja und du hast ab oder was du deine ablöse was eine bussi alter abjagdgewehr habe auch ein jagdgewehr will ich mich verraschen boah der ist da wir haben ein jungen mein aim eben sein vater junge cajou junge wo bist du eben sein vater fucked up jungen das auto eben an hat der auch hat der auch oh der geht schon jetzt jungen das auto ey man jungen der macht einfach alle drei schüsse und der haben wir nicht jo jo nur trotzdem fickt der uns ne der arme alter boah cajou junge der arme alter lasst mich doch ich hab jo fast gekillt was sein wichser jungen was sein wichser ja ich gebe das den 80er hit was ein wichser du so nuhren sonja cajou ja ich bock schon mal bin hat was ein huren sonja boah boah und spielte das war so ist ohne mal guten bauen ne ich wollte gerade treffe bauen und ja ich sagte mal nichts ein bisschen besser junge wenn jeremy genauso gut ist ja wie du das als sichią der die 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 de die die locker spielt er nur mit uns wer dem langweilig ist sonst würde der nicht mit uns spielen oh der will ich kaputt achten der will ich kaputt achten oh der kennt mich mit achs oh der muss mich noch zahlen mit der achs ja hat er redet denn ich rede mal bitte ja hast ja gewährt wir dürfen alle nur mit der achte wir spielen nichts anderem dafür kommen ich habe den ersten kreis ich habe den ersten kreis ich habe den ersten kreis das ist nicht mehr das ist nicht mehr das ist nicht mehr oi 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 Haja, warum hast du nicht geredet? Natürlich ist der krass. Ja, wir müssen jetzt im Team spielen. Ja, ey. Darf ich mit Florez im Team? Komm, Florenz, komm mal bei mir rüber. Alter. Saftig, der Klau. Florenz, Florenz, komm mal schon mal rüber ins Team. Ja, warte, ich will dich auch noch einmal. Lass mich dich einmal kähen. Einmal, weil ich will Kids haben. Ja, bleib mal so stehen. Warte, 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 warte. Aim seinen Vater, Junge. Komm jetzt einfach rüber. Ja. Hau auf, ne, George hat nicht. Wenn George hat, dann hat es vorbei. Ey, du Junge, du spielst es Taktik. Caillou, was drin? Scheiße. Das war Gold. Durch, durch, durch. Sagt der Fotzen, die sich da. Geh halt. Und der hat mich dann trotzdem merkelt, als wir. Ja. Der vierte Kitz, Junge. Das ist so, Mann. Wo bist du, Junge? Ich hab mich schon gekühlt. Oha. Eilt auch keinem Vater an. Warum hast du Auto-Aim an? Ja. Wer spielt schon mit Auto-Aim? Hallo, wie geht das an Auto-Aim? Ja, und Optionen und dann? Und welch ist das? Und schauen, und... Junge, ja, rutsch mal. Welch ist das? habe ich aus besser so freund von mir hat macht youtube der hat mal wieder ist und der ist auto was habe ich dir für nicht gegeben ich habe den dicke gemein selbst nein 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 ich muss die weg ich muss ich die hat mich gesehen habe ich gesehen wir können schlagerfeuer geht drauf wir haben anlager vertreten der ist so lau ne der ist anderslau wenn er mich jetzt tut dann guck jetzt hat der umschlager ich habe mich noch holt ich habe einfach aufgemacht und der schießt da rein marschallah digga wir sind so gut zu tun ja gut sie hat dem seine kill wette an und guck mal und ich habe drei kill ich habe drei kill ich habe mir das auto in sein vaters an das war ein aimbot ja du hast ja was willst du er springt einfach in die luft während ich ihn snipen will was ein ford night spieler aus 8 meter oder ich habe mir abkommt ich habe keinen bock mehr ich habe mich schlägt ein hb einer prüge ist alles anders kassen das wir haben ja noch einmal hatten wir noch nicht als drei Minuten gespielt jetzt sind sie mit perfekt und jetzt wieder einfach das besser ich machen kann einfach unterspringen Köln Prozent die 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 erst pankamon ja ich hab schon wieder neu da ist 0 ich bin mal mit Jagdgewehr von da aus wenn du es drauf ich bin doch mit Jagdgewehr alter ja ganz ehrlich sauber Caillou ja der erste der hat einmal 33 2 2 2 du musst mal mit meinen Freunden spielen ja wir machen es safe bei Teams safe Josh ich bin ich pankamon ich hab 4 ich werde doch nie pankamon ich werde doch auf die 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 der ist besser als aber oder das ist ja auch schlecht das ist einfach besser als du das ist einfach zu sehen tschuch boom kayo alter ich hab 5 AP du hast mich zu der Gänsehaut dass mein internet schon da absteht gezogen hä bei welchem Automaten ist er nähe wie ein spaß so aus Automaten Junge 2 2 Schuss noch für Pumpgun ja okay ich hatte nur noch 5 AP ja egal wo du wie du mich getroffen hätte ich wäre down hättest du mich mit desert geholt ja ich hätte ich komme raus lass mal alle jetzt ich wechsle wieder team lassen lass mal alle mit jagdgewehr spielen das beste also nur jagdgewehr ja alle mit jagdgewehr okay kein junge jagdgewehr zieht sich hat man eben richtig gesehen ich sag mal als wir mit team gespielt haben ha nein darf ich dich aber auch so ne du hast ein typ ja ner auto pa dział das e 스 sel ich weiß nur wieso das nicht so feste das war das mir so klar ne Kaiu soll ich mal was sagen ich hab noch 20 AP wegen Dings Joe Alter Joe hat auch die Koi baut auch n Ja wir kämpfen ganz ehrlich schon so Das macht voll fun so Ja okay das war jetzt auch richtig Ja du hast gezielt dabei Aber das ist one shot ne Ich werde aber spitzacken Im nette Schulz erfreschen Beben Das Z-Kazier Ah kein Bock mehr Nein Komm her ich geb dir komm her Komm her Da hab ich auch schon geloopt Komm her Reicht Ja Boah Habt ihr verstanden? Boah Ein Ja Ja Ganz ehrlich jetzt Man Alter ja ich hab 4 Kills Der hat 30 Kills Ja Otto der hat einen 30 Kills Äh 30 Bam 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 Ich hab grad Spielpause Ich hab jetzt keine Ressourcen mehr Boah ja was bist du ja ein Wichser Trotzdem brauch ich welche Kannst doch nebenbei holen Kannst doch echt nebenbei holen Dafür komm weiter Ja Ja Ihr kommt von hinten und von vorne ja Was los mit mir? Junge was los mit mir? Der eine hielt mich an dann hielt mich der andere an Die Ich bei gleichzeit an Joja lass die mal Ich will den hinten Ohne Bau Ich bin so lau ne Und ich hab nur 10 ab BLEE Oh oh BLEE Jetzt hab ich was 14 Jumme Da hättest du das wohl Er kann ja auch K영 Oh äh Lä 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 Junge, guck mal wo K.A.U. hängt! Denk da, weil er um B.A.M. sein Vater Ich hab die alle auf mich. Ich hab die einmal einen Headshot gekürt. Ich hab die aber schon weggelegt. Hä? Hä? Ich hab die einmal einen Headshot gekürt. Ich hab eine Wand gebaut, Junge. Und du hast komplett aus. Was? Der Joe ist anders gut, ne? Die ist anders, ja. Ohne bauen. Ich glaub nicht, dass er weiß, was das heißt. Der ist so schrecklich. Der ist so schrecklich. Warte, ich hab die Worte nicht Juice gemacht. Prozent Postboschiert Prozent die Kruppmutter ja ich habe mich aber auch getroffen mit Lohrberg auf der Bede das ist einfach der erste tausend truppen da war ein schuss der ist tot er kann mir ein bisschen money geben ich habe noch 14 stück ich schaue auf, was ich schaue, was ich schaue, was ich schaue warum? schaue zu oh oh, ich habe keinen Bock mehr zu schnauen, weil das ist das ist pass auf, das ist das ist das das ist das ist hör doch auf zu bauen ja warum baust du ja weil der kopf vom dicken ist es sind wo ich mir gerade auch ich habe mich gerade an munition zu holen ich habe mich ein bastard jetzt habe ich wieder 100 munition zu holen und ich bin kurz weg Ich kühle, wer mich kühlt, der ist draußen. Lass mal hinter den stehen. Ey, ich wollte dich jetzt nicht kennen, ich wollte dich nur für Kai beschützen. Ich kühle, wer mich kühlt. Ja, bitte f***er. Bist du bei Joom, Team? Nein. Ja. Bist du bei Joom, Team? Ich habe einfach 100 Munition. Mach Spaß, ich habe nur 39. Trotzdem kannst du gehen? Ich brauche selbst, ja. Ich habe gerade eben... Was ist das? Ja! Alle drei Schüsse connecten, bei denen alle drei. Dankeschön, dass... Nein. Nein. Ja, an den Käth, ja. Weil ich spiele ich offensiv, ja. Munition-Truhe. Und ja, wieder Sniper. Munition-Truhe. Ey, warum... 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 Ich habe meine... Hallo, ich kann schon wieder schießen. Warte mal kurz. Geh weg. Geh von mir weg. Geh weg von mir. So ein richtiger Kai wieder. Alles klar, jetzt geht's wieder. Warte. Ja, weiter. Jetzt der war kurz abgehauen. Der ist einfach nur abgehauen. Wenn ich... Between haben... Beですね... Hat der... ja du bist so gut Alter Alter, der kriegt da rein, schuss ein stopp von dieser galen genannt ein schuss der ist tot ich bin doch hier ich hab den nicht gesehen ich hab den nicht gesehen jetzt hat der mir einfach Headshot gedrückt der hat mir aber ein Headshot gedrückt ja die ersten drei ja ey warte caju kannst du mir ein bisschen geben ich hab nur noch zwei stück aber ich hab selbst nix mehr ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht Ey, mir jetzt halt aufzubauen. Ja, komm. Kannst du jetzt mal sterben? Florian klebst du auch noch? Ja. Der baut einfach, ja. Und wir holten, Joe, dann ist der echt schlecht. Leute, ich habe keine Dinge mehr. Junge, ich habe keine Munition mehr. Hat doch so auch nicht? Hat doch so auch nicht? Ich hab null, ich hab null. Junge, ich hab null. Jo, Jo. Nein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich meine Sachen hingelegt habe. Ich auch nicht. Was, da machen wir jetzt bis, bis 10, äh, Munitionsfilter. Ja. Also, bis 10, bis 10 suchen wir Munition. Ja. Mach ich mich auch gerade. Ja, okay. Fertig mit Munition, hat ein Lama. Leute sucht ein Lama. Das ist einfach. Ich hab da sowieso wieder 100 Mun. Du, Joe. Reicht nicht. Wer hätte es gedacht? Also, irgend so, dann könnte man es mal weiter wie Kind. Alter, so. So, dann könnte man es mal weiter wie Kind. Also, dann könnte man es mal weiter wie Kind. So, dann könnte man es mal weiter wie Kind. Langsam. Ja, aber ganz langsam, ne? Jo, hier vorne ist Lama. Leute, ich hab ein Tor geschossen. Komm doch nicht zurück. Ey, Jo, du musst noch zu mir und denen kommen. Ich geh mal kurz. 78 reicht, oder? Komm, wir machen jetzt hier weiter. Ich komm jetzt wieder tätet. Was hängt Caillou hier? Warte, Spielstopp. Spielstopp bei Jungs in Lama, den will ich öffnen. Warte, Spielstopp bei Jungs in Lama, den will ich öffnen. Hallo, komm, wir machen hier weiter. Junge, Alter. Ich hab auch, ich hab 390 Shits. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt noch. Ich bin jetzt. Über mal von nen Baum. Heeeey. Ich bin jetzt. um für die mit aber der hat nix mehr Helfer, Florence. Er trägt der da auch auf den Bau. Ja, ja, ja. Hallo. Du bist so'n Fotzer, Florence, ne? Er baut einfach, ja. Hässig, Mist wurde, ja. Boah, was machst du noch mit 28 AP? Pup da, mit 8 fucking 28 AP. Dann spielst du mit deinen 28 fucking AP. So, jetzt musst du auch, äh, 2-4-3 hat er mich wieder ein-gold. Ja, guck mal, ihr beide auf mich, ja. Dem einen hab ich 92er geben, dem anderen hab ich 91er geben. Könnt ihr euch mal entscheiden? Nein. Ich? Ist der in die Eisfalle gelaufen? Nein, der. Alles klar. Ja, okay, reicht. Ja, okay, ist die Geile. Jetzt braucht wieder Jo- Jetzt braucht der, ähm, wieder Florian erst mal wieder 3, dass der mich da einholen kann. Lass den Florian zu mal abfangen. Was baust du, Junge? Dein Egel. Halt, das ist nichts. Verarm, Junge, Alter. Verarm. Der hat mir einfach nen Hit gegeben. Hört mal auf, gegen mich zu spielen. Ja, lieber gegen Caillou, ich bin... Öhhh, er wirst du oft auch nicht verstanden. Uhhh, der war oft auch nicht verstanden. Ja. Jo, ja. Öhhh, ich geh auf, ob er nicht entstanden. Coil, der Florian hat ja durch mir gerückt. Du holst den mal ein, mit der... ich sag dann mal nicht wieso hast du da ohne egal ich will nicht mal okay ja lasst mich mal laufen aus florenz jahr ich hab 28 guck mal vor allem Jumper nur damit ich hab so ein Dreckspunsch ne wir gehen mal aufstehen auf auf die schöne straße der erste zweite connected nicht gar nicht gar nicht jetzt da mal sagen teil köln ist er wollte mich auch holen ja danke ich würde nicht klären ja 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 ich ich muss jetzt Florensen in den Arsch ficken okay reicht jetzt lang schon jodan nein wenn du den jetzt nicht holzen aber ich auch nicht, wer ist da, wer wird denn wer hat sich kassiert hey Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Warte mal. Komm weiter. Oh, nehm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, nehm. Komm schon. Komm schon. Ich bin jetzt kühlen. Der ist langer als ich keine Ahnung mehr. Ich glaub, der mich noch holt. Ich hab der mich noch holt. Der ist so laut, der hat mich doch geholt. Fuck Junge, hast du auch noch einen abbekommen? Wie fährst du noch? Wohin Caillou, Alter? Ich geh dich nur roten Luftballon holen. Der Ring... Echt gar nichts. Bleib doch mal stehen. Ich geh jetzt Caillou ficken. Caillou, ich komm nicht ficken. Hallo. 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 Ich geh auf Kaira. Hallo. 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 Was ist einer? Wer? Er ist. Gott, der Sprint ist einfach da durch. Oh, du lebst ja auch noch. Ich dachte, du wärst tot. Kai, du bist so dumm. Der ist nicht so dumm. Ich höre, der ist so dumm. Boah, du fu**n. Ey. Unmöglich nicht so gut. Kaiju meint soeben, ne? Da haben wir noch kein Livestream gemacht. Meint Kaiju eben so. Statt du mich snipest, ne? Gebe ich den so Headshot aus der Luft. Snipe ich den. Gebe ich den. Boah, f*** ich nicht ab. F*** ja, ich hab Schaden bekommen wegen Falle. Ey. Hey. Hallo. Hallo. Ey, Junge. Ich hab den einfach getroffen. Das zählt nicht. Leute, ich geh mal in die Zone, ne? Dankeschön. Ey. Ich hab den einfach getroffen. Ich geh mal in die Zone, ne? Dankeschön. Ich hab den einfach getroffen. Mein Florenz, ne? Du weckst mich jetzt schon auf. Deswegen. Hm? Der ist schon wieder da, ja? Was? Ey, was Kaiju für ne Pussy ist halt. dann nicht warum baust du jetzt warum baust ja danke ja ok komm mit erst mal florent sich nicht drauf lassen soll ich darauf jetzt antworten ein 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 ich 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 mir 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 mein mir war wir waren war alle waren und so zu tun hier waren wir waren merda wenn man jetzt macht einen auf richtig läppsch komm herr vorwärts jetzt bin ich auf läppsch jetzt ist die mutter dann muss man jetzt wasser hallo caillou junge spät mit punkern schmappt auch nix Was ist das? ich hatte es gar nicht sein er so kann mit 1 die gewinnt schulsch es ist 2.42 der neue shop online Ja okay, Dings ist nicht mehr im Shop. Ja ist nicht mehr im Shop, der ist ja scheiße, der ist auch scheiße, der ist wieder im Shop. Der Tanz ist geil. Scheiße, warum hab ich keinen genug V-Bucks, ja der Tanz ist voll geil. Aber der Hängegleiter ist auch voll geil. Der hat sich den einfach geholt. Wen? Der Dings hat sich den einfach geholt, den Tanz. Zeit mein Job. Ich kann doch auch spielen, wie geht's? Ja dann lass Teams spielen. Aber den Schlauch ziehen. Ach. Ach. Boah ja, ich hätte so gern Schwarzer Ritter, ja. Was? Ich bin schon seit drei Stunden. Mh. 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 Jungen, ehm. Ich wünsche eine Waffe. In welcher Haus seid ihr? Fast fast, ich will nicht Josh braucht ne gute Waffe Hat einer für mich Warte zeig mal deinen Arsch Zeig mal deinen Arsch oder deine Titten Egal Ich wollte Paktan Der ganz hinten Da ganz hinten Geht der wieder dahin gehen wird der gekillt Ey, geh doch mal auf Nun, der geht da was verbannt Ey, bitte, Leute Guck mal Was soll ich Warte, fick doch Schneide dich nochmal Komm her Komm her Komm her Komm 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 Sag, ob du ein Gegner siehst Bruh Der kam einfach mit Dings Heavy Der kam einfach mit Dings Heavy Komm der einfach mit Heavy Pump Woah, ist eine Scheiß Kaiju guck mal Es ist ein Manneken da Ja, ein Manneken Lass mal alle Alle auf Nose gehen Alles auf Nose gehen machen Nicht alles Ja Doch, ich mach alles auf Nose gehen Außer schwarze Ritter wird bleibt Aber warum bin ich schwarz Jens Wollte kein Headpack nehmen Und ich bin Japaner Du bist Son Gohan, ich bin Future Jerome Ne, ich bin Jerome Und was ist der Typ da Die macht halt Musik Ja Und ich tanze für sie Ne Ihr passt Ich bin die Fresse Bitteschön Ich hätte so gern Floss ne Hätte ich so gerne Ich hätte so gern Floss ne Ey Junge, dieses Profil ne Von Ellie Cage Was du auch grad dahint hast Nimm mir dieser Sniper dabei Die Film Laman hab ich auch Guck mal der hier Und der ist gerade schon So ein Bastard Der hat einmal ab Lass bei dem weitermachen Der hat auch ab Lass bei Technik weitermachen Lass uns direkt rausspringen Lazy Links Wie sagt sie kommen Sie sagt sie kommen Sie sagt sie kommen Immer noch Immer noch Ein Meni können Halt die Fresse Das bin ich Ey Joe Mach das auch immer Richtung Wasser Wenn du hier hin fliegt Das ist das was du machen kannst Worte ein Applaus Joe ist tot So Joe da kommt einer Du bist auch echt behindert Ja Kai Junge komm schnell raus Rechts hinter der Tür Junge Du wenn du den nicht holst Ja Du war halt so Egal Egal Nächste Runde Floris wollte aber schon rausgehen Und dann stirbt der auf der Kante Egal Ey du machst mich voll neidisch mit diesem scheiß Ding her 50 Der ist noch teurer Der ist noch teurer Ich hab jetzt mal in Google geguckt Ich hab Google gefragt Wie teuer ist 11 Mit Schwarz Ritter 11 gesagt Kriege ich für den 470 Euro Wenn ich ihn verkaufen möchte Oh Alter Wie viel Wie wenig Skins hast du Frag den mal wie Wie gut ich bin Die sind sim Da Irgendwo Jeremy Scheiß Ja Ja Ich bin Ich bin Dahin Ich bin erst mal fortland angefangen zu spielen cajou so wo er weiß eigentlich youtube mache die hässigkeit was hat die gemacht hallo kommen wir gehen nicht dann finden wir beim tag vorne hier bei diesem hotel da ist egal komme ich versuche was für ist egal welcher ist das ja mit diesem heil drauf ist aber ob er gerade den mund auf den mund zu auffordern ich hab mir lernen ist gar unbekommen ist da ich habe heavy pump hey leute komm mal zu mir komm mal hier in jo hier da oder wie hier auch hier mit der allein ja hallo ey ich will pump gun die erst pump gun wird mir auf jeden fall ich hab auch einen ich hab sogar heavy hallo aber die munitionen lasst ja unterliegen so von der pump gun ja 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 das ist scheiße hat ja der vor dem vuist daft ihr kriegt meine freut damit ja ich habe das was da oben drauf einfach wie ganz ehrlich Joe, ich komm grad nicht auf mein Leben klar. Hier. Nein, lass fallen. Ich tausch die. Weil, guck hier. Leute, hier kannst du ohne meiste... Warte hier, Joe, Joe, Joe. Bevor du nimmst. Dann lübe ich diesen BG, den Wichser. Der schlägt auf 200. Wollte man da nicht mehr looten? Beruhig dich mal, du Lutschlampe, ja. Deine Freundin, ja. Ich weiß, dass das nicht schlank ist, also brauchst du mir nicht sagen. Hä? Ich hab die mal gefragt. Ey, Sarah, warum bist du hässlich? Ey, Joe, soll ich dir meine Waffe geben? Willst du diese Waffe haben, Joe? Hier, Joe, willst du diese Waffe haben? Komm mit euch, wir gehen brutal. Leute, guck mal, die geht durch meinen Körper. Wo? Da hat der hat die... Hat der jeder ne Scar jetzt? Hast du auch ne... Hast du auch ne... Ja, ich hab ne goldene. Alter, ja. Oh, ich hab Florian deine Lieblingswaffe. Was labert der? Ich hab meine Lieblingswaffe selber. Heavy Pump. Nein, noch eine andere. Jagdgewehr? Nein. Diese... Zwillingspistole? Die kleine Lila ne da. Zwillingspistole? Nein. Haha. Drrrrrrrrrrrr... Du bist behindert. Die kleine Sprung sind zu öffentlich. Ja, das llamertadadadadadadadadadadadadadadadadadjaitö. Wo nix ist, kann man auch nix machen, ja, ganz ehrlich. Oder Sarah heute, die hätte ich auch geritzt, ja. Naja, daran ist irgendwas, ne? Das sieht man schon, dass die von Florenz kommt. Was ein Bastard, ja. Komm, wir leben brutal, ja, ey, ich hab einfach 999 Joids jetzt. Ey, Leute, für Zone. Nee, weißt du, warum gehen wir denn gar zum Portal? Typisch Florian in der Straße. Joe, scheiße auf Caillou. Lass mal einmal durch. Scheiß mal auf Caillou. Nein, zähl mal kurz, hör'l. Joe, ich mag gleich Shareplay, ne? Dann kommst du kurz rein und zeig' ich dir, ja? Meine Gatschen. Kein Bock gerade. Boah, ich hab's am Anfang nicht geschafft. Ja, ich bin ja ganz oben noch. Da bin ich ja unten zu den zwei Häuser. Ey, hier, genau hier. Bei mir. Ja, ich schlieb' mal nur Joe hinterher, ne? Und Joe ist harter, Mensch. Voll, calm' Kong. Oh, alter, rennt denn schon wieder. Oh, alter, rennt denn schon wieder. Komm, komm wie es bei mir schon am Laken ist. Gut, Florent. Boah, hinter mir ist einer. Oh, hier liegt noch eine SCAR bei uns. Und noch eine SCAR. Oh, hier liegt noch eine SCAR! Alter, hier kommt noch mehr. Bei mir, Florenz. Florenz! Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Nein, nein, nein. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Hey, Florenz. Florenz, komm doch einfach. Junge, ja. Ich hab einfach alle gut geholt. Komm mal mehr rein, Kotche, Play. Was will der dir zeigen? Etwa. Ich. Können Sie mir nicht sagen, oder? Hey, nimm den mal. Der soll den mal nehmen. Ja. Weiß, welcher aus dem ist. Der hier. 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 weil wir keine hose wie fett die ist und im namen ich hab dich nähe gleich als ob du schon nicht wundert bist aber hochkauft er hat er auch warum hast du dich hochgekauft wie viel hast du noch wie viel kostet der tanz kostet 500 was wir denn so gerne haben den tanz als ob ich mir fünf euro sken hat florian nein als ob ich mir fünf euro sken kaufe nein ich hab alle ich finde dass man april immer voll scheiße ist er immer hochkauft ich hasse das hochkaufen ich war keine ahnung aber ich verabschiede das hier ist einfach links am weinen wie eine kleine fickfatz die ja ja jante wo ist das was das da mal da dran Oh, lecker Milch Was ist das? Nee, es gibt doch eine Satara-Domme, Alter Oh, Alter, es ist Deutschland Afrika Warum sind da so viele schwarze Nosekins? Tusch, Junge, Tusch 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 Valla sogar, Pila Ach, Tim an deine Lage Mich hat so ein hässlicher Rodriguez gekillt Typisch, Joe Also sagt derjenige, der keine Waffe hat und dreimal so weiter ist, ja. Joe, ja, ich hab keinen Bock bei dem zuzugucken. Der macht eh keinen Kitz. Na klar, Junge. Ohne, ich bin besser als du. Ich weiß nicht warum, aber mit School Trooper bin ich trotzdem am besten. Hast du krasse Skins? Ey, wenn man so Sachen verschenken kann, würdest du mir dann so ein paar Sachen schenken? Was? Was hast du gesagt? Ja, mal gucken, ob ich kann, ne. Bei mir ist Internet manchmal kacke. Ach so, ja, ich muss Live-Übertragung binden. Ja, tschau Leute. Ja. Danke, dass du sicher bist. Vielen Dank.